Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich mit der Lars, ich grüße euch ganz herzlich weitere Part hier auf meinem wunderbaren Kanal W54 und hier gibt es eine traurige Nachricht, die ist schon ziemlich not nice, ja die ist scheiße, und zwar die Gilde zerbricht so langsam und das ist nicht so geil, deswegen schauen wir mal kurz drauf, wie es aktuell aussieht, also gilt technisch, ne, sehr viele Abgänge, leider auch, sehr von dem hohen Level dabei, das heißt, falls ihr Bock habt auf W54 bei, die Zuschauer joinen möchte, deswegen schreibt gerne den Tibo an oder jemand von den Offi, dann werden die quasi euch dort antworten, ihr könnt gerne reinkommen und ein bisschen Spaß mit uns haben, das wäre schon ziemlich traurig, wenn die zerbricht, ne, ah, bitte, bitte, Leute, kommt rein, W54, wir brauchen euch, wir wollen euch haben, das wäre Sache, sehr, sehr nice, bitte, kommt rein, habt Spaß mit mir und ganz viele, können wir ganz viele Liebe machen, uns gegenseitig fingern im Chat, das läuft auf jeden Fall, sehr geil, was ist passiert sonst auf W54, außer diese traurige Nachricht, ich habe eine gute Nachricht, und zwar, ich habe mal wieder eine Epic-Waffe bekommen, keine Ahnung, wieso, jedes Mal, wenn ich Alu spiele, habe ich übrigens jetzt schon gemacht, bekomme ich fast immer einfach mal ein Epic, schon wieder eine Waffe, leider, die Wufuseda, der ist tot, obwohl leider, die ist halt geil, aber von der Spanne her, äh, für den kleinen Popo zum Abwischen, durch den Chart ist ziemlich geil, aber ich finde die Spanne doch ziemlich schlecht, deswegen werde ich mich da, oder habe mich dazu entschieden, diese Waffe nicht anzuziehen, leider, wir schauen kurz auf unseren Begleiter, was hat der denn hier am Start, das wäre auch ein minimales Upgrade, nein, das kommt ins Klöhrchen, Popöhrchen, da habe ich übrigens auch schon was reingelümmelt, ich alter Lachs habe auch schon gespült, da kam nur Scheiße raus, von daher, ne, alles für den Popo, zum Abwischen, wisst ihr Bescheid, ja, sonst, schauen kurz in der Festung vorbei, das bekommen wir dann, oh, meinen Edelstein, suchen wir doch mal, hier bin ich auch fleißig dabei, meine Festung ist Stufe Level Nummer 13 geworden, was mega geil ist, und jetzt bin ich dabei, das Arbeitsquartier abzugraden, dauert hier sieben Tage, äh, beziehungsweise acht Tage, ich habe das ja schon vor ein paar Stündchen gestartet, sehr, sehr lange, wie ich finde, aber wenn das fertig ist, können wir dann, ähm, quasi Steinbruch upgraden, dann können wir den Holzfällerhüller hochziehen und danach dann direkt hier die Ritterhalle upgraden auf das nächste Level, das ist auf jeden Fall ziemlich fein und Stufe 13 für die Festung finde ich schon sehr, sehr sexuell, das gefällt dem Lars, sonst, joa, der Helivator-Fahrstuhl des Todes kommt ja bald hier wieder, ne, Helivator, da kann man wieder ein bisschen Fahrstuhl fahren und sich auf jeden Fall ein bisschen gönnen, wenn man Bock hat, das ist auch ziemlich cool, sonst ist eigentlich nichts passiert auf this Server am Wochenende, wir werden, müssen natürlich noch einiges machen, und zwar wie zum Beispiel die hungrigen Mäuler stopfen, fangen wir mal hiermit an, ne, komm, nimm es in den Mund, ich stopp's dir einfach ran, du alte Bitch, was, hat er nicht gesagt, der Lars, so, äh, was haben wir hier, den kurz, oh, Platz ist leer, was, ist ja nicht 100, höher geht's nicht, schade, so, dann haben wir this one, this one and this one, und hier auf den, schaffen wir denn schon was zu reißen mit diesem wunderbaren Schiff gegen die Nixe, auf gar keinen Fall, hier haben wir den 70er, Mr. Uge Agerman, schafft er dieses komische Fliegeviech? Komm, Mr. Uge Agerman, sie schaffen diese komische Biene, die Pflicht der Ohren macht, du Sum Sum, und die können wir kaputt klatschen, komm, ach, schade, wo ist die Fliegenklatsche, aber der mit Stufe 100 sollte, dafür werden wir den jetzt hier packen, oder? Der schafft er auch nicht, oder doch, mit einem guten, mit einem guten Trifeld, ja, mit einem richtig guten, der grinst mich so an, die alte Grinsebacke und der coolen Luchs hier, der denkt sich, ich bin der coolste Typ von allen, aber euer Rohfuß, der schafft das nicht. Der Rohfuß, der schafft's nicht. 16er werden wir auch nicht weiterkommen, Schatten sind wir bei 51, es geht doch schon ziemlich schleppend voran hier, das gefällt dem Lars nicht so, also das war schon mal besser, ne? So, dieses Wasser, sehr schön, das schaffen wir auch nicht, komm, nochmal, let's go, ja, nur einmal Wasser bekommen, sehr geil, läuft auf jeden Fall nicht so. Not nice. Schade, ich musste mir auf jeden Fall hier ein paar neue Pets gönnen, also Licht ist okay, Erde können wir hier unten schon weiterkommen, hier ist ja das Pfingst-Event, das können wir uns auf jeden Fall gönnen, Feuer können wir hier, kann dir freitagstagsüber in der Region, tagsüber, muss ich dran denken, morgen quasi, beziehungsweise, das ist schon ein paar Tage, ich nehm grad auf den Donnerstag auf, fürs Wochenende schon, deswegen nicht wundern, da muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Pets, weil hier geht's doch sehr schleppend voran, das gefällt mir nicht so. Das ist ziemlich bad. Und der Lars ist halt, ne, der ist eigentlich nicht so bad, nur manchmal. Sonst haben wir noch, äh, Gilden, äh, hier, Gildenportal, kurz drauflümmeln, den alten Lachs, ist okay, ein bisschen Schaden gemacht, und das Dämonenportal. Wo wir die mit der neuen Funktion mal kurz vorspugen können. Das ist auch ein Kampf, ne? Ausweichen gegen Ausweichen, wer weicht am meisten aus? Und? Uh, sehr viel, der fällt doch morgen. Nice. Geile Scheiße. So, äh, der Märchenturm, wir gehen mal kurz erst auf die Schattenwelt, fängt es an zu regnen. Nein, okay, muss ich aufpassen, weil wenn es anfängt zu regnen, ich muss direkt los sprinten. Einfach mal kurz das Wohnzimmer raus, um alle Fenster zu machen, weil sonst wird meine Wohnung geflutet. So, wir haben hier den Wienwindsturm, schaffen wir was? Ich würde sagen, na klar, easy, bie, sie geblockt, aber mir doch egal, du altes Pony, ne? Das Leben ist kein Ponyhof, wir wissen mal Bescheid. So, das können wir kurz verkaufen. Wir können auch skillen, ganz wichtig, deswegen skillen wir jetzt kurz rein. Ich hab schon so lange nicht mehr geskillt, ich hab 70 Millionen, aber auch für Tash, ne? Deswegen raus mit den allen Scheiß, ein bisschen Ausdauer, nicht zu vergessen. Sehr schön, und den Nebenattribut, oh, ich hab so lange, ich kann so gedrückt halten, ich hab so lange die Nebenattribute nicht mehr geskillt, deswegen müssen wir pushen. Die sind, glaube ich, doch schon ganz schön wichtig beim Kundi. Ich hab 100k, 100k, ja, 100k, und den Rest haue ich in Intelligenz. Fällt gerade auch noch für 100k, ich weiß es nicht. Und dann haben wir auf jeden Fall so ein bisschen wieder reingepusht. 2.902, aber es ging nicht ganz bis, war ja nur 55, egal. 2.902 wunderbare Treibsanduhren, das passt auf jeden Fall noch. Von den Tränken auf, vom SA, 80%. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen Gas geben. Der Lars, der ist, äh, Sammleralbum? Ne, kenn ich gar nicht. Aber wie gesagt, nochmal, Gilde, ne? Kommt rein, bewerbt euch hier bei den Offices oder bei Tibo. Würde mich freuen. Bei mir geht's auch, aber ich lese doch nicht unbedingt immer alle Nachrichten, deswegen doch eher bei den anderen Kollegen. Habe ich aber angekündigt, ist halt zeitlich ziemlich schwierig. Alle sagen, ja Lars, äh, du hast eine eigene Gilde und antwortest fast keine Nachricht und liest auch sehr wenig. Also ich lese eigentlich doch schon einiges, aber ich kann halt nicht mal antworten. Das Problem ist halt auch, äh, würde ich jetzt die ganze Zeit noch nachrichten, das ist, klingt immer so dumm, aber ich muss ja, ich mache ja auch noch Videos, ne? Es ist, äh, es soll nicht arrogant und kacke rüberkommen, aber mein Postfach ist halt irgendwie immer voll. Es kommen so viele Nachrichten rein. Ich bin vielleicht auch ein bisschen lesefaul. Und deswegen ist es halt immer so, ich brauche halt geile Offices, die mir sehr viel Arbeit abnehmen. Dankeschön. Nice. Dankeschön für die Offices. Ihr seid die Besten. Auch in früheren, in den ganzen Jahrzehnten quasi, wo ich schon Shakespeare Vintage spiele. Vielen Dank dafür an die ganzen Offices, die immer reingelümmelt haben. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt gehen wir kurz mal weiterschauen hier. Wie bewinst du mich? Denke mal, die drei sind auch noch drin hier, oder? Die drei. Die drei mal drei Würstchen. Ich habe gelesen, die drei mal drei Würstchen. Die drei mal drei kleinen Würstchen haben wir weggeknallt. So, hier haben wir komisches Horror auf Eis. Ja, kennt man doch. Also Horror auf Eis kann nicht immer sehen. Das ist wie so ein Transformers. Ja, sehr schön. Ui, der Old, der Oldman. Mr. Puppet hier. Wunderbar, der ist auch da. Und den haben wir hier? Mr. Hexor. Hexor. Du bist wohl muskulös. Hast ein Sixpack. Pass mal auf, ich habe ein ganzes Fass. Da kannst du dich miterhalten, wa? Die schlechten Sprüche des Todes. Nur beim Last. Auch da. Oh, da ist eine Banshee. Ganz schön böse. Die Banshee. Oh, die ist auch da. Wo sind die Probleme? Oh, sieht das süß aus. Oh, das sieht so süß aus. Als würde er sehr gerne etwas von mir nehmen. Und zwar den Tod. Komm, ich töte dich. Weil du es bist. Tschüss. Uh, Diablo-Style. Diablo. Diablo. Ja, komm, 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 komm. Seelen, ich will deine Seele. Ja, wunderbar. Noch einmal der Seelen-Dude zweimal. Hast du da? Der Seelen-Dude zweimal. Dann knallen wir den kurz fertig. It's peasy. Ui. Zeigt er mir gerade seine beiden Mittelfinger krallen? Mann, Mann, Mann. Finde ich doch schon ziemlich frech. Wir können da nichts mehr reinknallen, beziehungsweise bei der Schmiede zerballern. Habe schon alles weggeknallt. Das können wir auch noch weg hier. Sehr schön. Aber es geht voran, den Webelwinstum. Und man darf nicht vergessen, das sind immer schon gute XP, ne? Also immer schön mitmachen, Leute. Habt ihr noch Pilze? Dann gönnt euch auf jeden Fall. So Mr. Tintenfisch fällt auch noch, glaube ich. Ja, na klar. Wo ist denn das Problem? Oh, hier so ein Goblin. Der Goblin-Magier. Das sind die Schlimmsten. Die meinen immer, die können irgendwas. Aber im Endeffekt sind sie einfach nur scheiße. Komm. Ich scheiß dich weg. Ich knall dir meine kleine Wurst ins Gesicht. Das schmeckt dir. Ich mach dir ein Schnurrbart. Einen richtig geilen. So komm, let's go, let's go, let's go. Ne, der will nicht mehr. Der Goblin will nicht mehr. Schade, schade, schade. Aber ist okay. Ein bisschen was weggelümmelt. Das passt auf jeden Fall. Dann machen wir weiter. Und zwar im Magma-Strom. Nö. Doch, oder schaffen wir da was? Ich weiß es gar nicht. Nicht der Lava-Blob? Oh, ja doch. Also doch. Also so einen geilen, einen richtig geilen knackigen Try. Und der Felder ist er. Da hab ich den alten Blob. Aber dann haben wir weggeblobbt, ja. Nice. Doppel nice. Nice. Da gibt es einen Epic. Und zwar für... Oh, für den Intelligenz-Dude. Was sagt Mr. Magier? Braucht er das noch? Äh, 3... Oh, 3,53. Das ist Upgrade. Wunderbar. So, das haben wir hier. 2,29, 2,62. Die ganzen aktuellen Gems, die ich bekommen habe, sind einfach nur alle... Scheiße. Deswegen... Das wundert es mich. Also die sind echt ziemlich kacke. So, hab ich eigentlich alles noch verzaubert. Gut, abchecken. Hier können wir die Handschuhe sogar noch verzaubern. Seht ihr? Seht ihr? Der Lass nicht alles verzaubert hier. Da auch noch Handschuhe. Mann, Mann, Mann. Das gibt es ja gar nicht hier. So. Sehr geil. Es kann weitergehen. Das heißt, ab weiter in die Schattenwelt und hier in den Magma-Strom versuchen wir auch den Magma-Giant kaputt zu lümmeln. Ah, der Lachs fällt auch. Das sehe ich doch. Das ist auch gar kein Ding. Oh, yeah. Easy. Wow. I like big butts and I cannot lie. Sehr geil. Oh. Die hinterlistigen Fußparasiten. Nein, das ist für Geschick. Oh, 261. Läuft bei uns. Oh, wow, wow, wow. So brauchen wir die für uns. 3,58. Oh. 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 Das ist eine Upgrade. Das wird sich gegönnt auf jeden Fall. Oh, das sind die guten Steine hier. Das sind die guten Steine. Muss ich eine Steingewinnung machen. Mann, Mann, Mann. Lazy Boy. Warum machst du das? Nicht so gut. Alles klar. Weiter geht's mit Upgrade hier. Ui, ui, ui. Sie ernähren sich von Fußschweiß. Dafür halten sie warm. Also, ich nenne alle Funktionen. Aber auch doch sehr unhygienisch. So, der Drache. First Try. Wo ist das Problem? Habt ihr irgendwie mal ein Problem gesehen? Ich nicht. Tschüss. Nice. Stärke. 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 Drei Sechsenfünfzig. Auch ein feines, kleines. Drei. Zwei Sechsendreißig. Zwei Dreiendreißig. Das können wir nehmen. Deswegen können wir hier die Steine hinzufügen. Den draufknallen. Das können wir quasi ins Klösch... In die Klöschchen. Wir können es zerlegen. Geht eh nicht. Haben wir schon alles gemacht. Deswegen machen wir das so. Bisschen Platz hier im Inventar. Und es geht weiter. Das ist der Hüllenzyklop. Äh, der Hüllen. Denn das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Klopapier. Klopapier. Eiskalt. Nice. Gönne ich mir das Toilettenpapier. Oh, ja. Der ist das episch. Intelligenz schon wieder. Intelligenz. Drei Vierundfünfzig. Oh. Dreiundfünfziger. Ach, schon wieder. Das ist schon so ein kleines, geiles Upgrade. Aber wie müssen wir die Steckgewinnung machen? Den reinlümmeln, den alten Kollegen hier. Den nochmal kurz schauen, ob wir wieder Verzauberung machen müssen irgendwo. Äh, der Krieger hat neun, ne? Der Krieger hat nix Neues. Alles klar. Wir waren weit her. Wie weit wir schon wieder kommen? Der hat ja schon wieder sehr lange nichts hier scheinbar gemacht im Dungeon. Oder wir sind so krass, dass wir alles weggerassenen. Gegenstrich mit Benzin. Armer da, Koi. Schaffen wir den auch noch hier? Schaffen wir den? Schaffen wir den? Schaffen wir den? Übrigens, wenn ich jetzt irgendwie leiser bin oder lauter, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Sounderstellung hat es ein bisschen zerknallt. Schreibt es gerne rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Von dem Mikrofon. Also allgemein Mikrofon, Ingame-Sound und Button-Sound. Nice. Ob das alles so passt, reinschreiben, Kommentare. Ich will alles optimieren und das passt. Schaffen wir nicht. Feuerelement hast du krass. Das Feuerelement ist, als ob wir jetzt bei diesem Scheiß hier scheitern. Man, man, man. Gefällt dem Lars gar nicht. So, dann gehen wir weiter und zwar zu deren normalen quasi Welt. Abführungsstrichen. Hier sind wir bei dem 13. Stock. Da ist der Hannes. Der hat einen Vertrag für uns. Der uns sagt, wenn du mich besiegst auf diesem Server, kriegst du dein eigenes Emote. Kriegst du deinen eigenen Avatar in dem Spiel und bist ein Dungeon-Gegner. Lars, wenn du es schaffst, machen wir das für dich. Dann wird es soweit sein. Aber es ist noch nicht soweit. Es ist noch nicht soweit. Wir kriegen es noch nicht. Entwickler, Breyer. Wandel. Wandel. Ich weine mich jede Nacht in den Schlaf, nur weil ich kein Avatar habe und bin kein Dungeon-Gegner. Ui, das explodiert hier. So, Mr. Weihnachtsmann, beziehungsweise der Osterhase. Man kennt ihn. Das war ja kurz erst Ostern. So, komm, Mr. Osterhase, bitte. Sie haben noch ganz lange Ohren. Wir teilen ganz viele Ostereier und hoppen durch die Gegend und haben trotzdem einen Bart und eine Mütze. Und sehen aus wie irgendwie so ein bärtiger Typ, der am Nordpol wohnt. Ich bin gerade verwirrt. Ach ja. Obwohl, bärtig und Superman passt doch auch nicht. In der Festung der Einsamkeit. Voll schlecht. So, ähm, mit einem guten, mit einem guten, mit einem guten, gib mir Lucky Lars, let's go, I take this shit. Happy Halloween. Aber nee, happy Hanukkah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Der will nicht. So ein alter Scheiß. Komm wieder weg, du alter kleiner Zifferklatscher. So, hier haben wir Mr. This One, der King ist am Start von Game, ich sag auch gerade Game of Thrones, Alter, Schande über mich. Herr der Ringe, man kennt's. Die Handel schaffen wir nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Das werden wir, glaube ich, auch nicht schaffen. Das war's. Vielleicht im Turm noch was. Obwohl, da sind wir gerade... Das ist ja voll enttäuschend. Der Olymp, wann schaffen wir den? Also 50% ist schon mal drin, das gefällt mir. Den schaffen wir auch nicht. Wir schaffen nichts. Wir sind voll schlecht. Ohne Witz, was ist das für eine verdammte Kacke hier? Das werden wir nicht schaffen. Den auch nicht. Ich bin jetzt sehr traurig. Wir haben ein Level gemacht, sind kurz vor dem nächsten. Natürlich geil, wenn wir jetzt im Birlwindsturm noch was reißen würden. Können wir da... Den schaffen wir den vielleicht noch mit ganzem... mit ganz viel Glück. Mit ganz viel Glück können wir den schaffen. Das reicht nicht fürs Level-Up. Was? Jetzt ab, oder? 267. Dankeschön, liebes Spiel. Nice. Vielen Dank. So. Zieh nochmal. Erreicht ihr, was ich haben wollte. Das gefällt mir. Können wir den draufklatschen hier. Und um 8 Uhr geht's dann morgen weiter. Das war's von W54. Etwas kürzerer Part. Sorry dafür. Ich hoffe, das ist okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da. Und bewerbt euch. Gilde. Gerne alle anschreiben. Außer mich, weil ich faul bin. Nein. Könnt mich auch anschreiben. Gar kein Problem. Das war's. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund. Haufen super nasser Beuys. Über ein Däumchen. Über ein Träumchen. Bis dann. Reingauern. Tschüssi.